auch direkt funktioniert nice also ich hatte jetzt hier bei den twitch dingern doch 1998 ja die paar jahre ist nie so schlimm nicht 2 jahre ok ah ist das ein access spiel ist ja cool wir haben für die kämen können okay play tape no jumpscare nee dann schon mit jumpscare wenn schon how to ja das wäre vielleicht move one crouch open inventory und tab right mouse button oder rmb zoom in dead untersuchen pick um corner seos paint gun oh lol das wäre ja lustig load tape playtap settings no 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 playtap you can press one you can ah ok erscheinen etwas komplexer zu sein das spiel das wäre richtig found footage ist ja nice hallo hallo steve nee wie heißt er simon naja wie kannst du irgendwas mit essen wir haben simon wiedergefunden und wir sind rollin nice one drake look at these fools trying to skate ha ha schön auch die füße die schuhe was wichtig beim skateboden ha ha oh yeah drake wuhuu wow oh shit mal hat sich hingelegt ah ok er hat durchgeklippt oh mein hallo was die hell ist das Ey, das mit dem Filters guckt er noch durch die Kamera durch, wahrscheinlich. Oh, da ist mein Voice. Mein Voice wird rekordet. Ich glaube, das ist nicht sehr gut, dass das rekordet wird. Ich glaube, das ist nicht zu meinem Vorteil. Ah, er guckt tatsächlich durch, ach, der hat eigentlich die Filmkamera. Dude, wieso hast du so eine Filmkamera dabei? Ich dachte, das ist so eine 0850 Ding. Wir sehen alles durch die Kamera. Hey, da macht der Filter tatsächlich Sinn. Was auch mit Fischauge? Das ist ja weird. So Fischauge-Effekt. Und wer fickt mein Kopf? Take. Eine Flashlight. Eins auswählen. Okay, noch ist hell genug. Und die Steuerung ist halt echt hart seltsam. Oh, Sattel, Sattel, Sattel. Hallo? Nee. Das ist ein kleines Kind mit Regenmantel. Das ist das Kind aus Little Nightmares. Kann da wirklich gucken. So wie ihr es in den Abgrund schaut, so schau das wieder zurück oder so. Kann ich ja durchsteuchten? Nö. Was haben wir denn hier? Teller. Was? Teller mitnehmen und werfen. Oh, die Belagung nicht. Okay. Guys. Do you think this is funny? Ähm. Ja okay, die können wir erstmal in den Braubbrecher heißen oder so. Ich dachte das wäre springen. Ich hätte vielleicht... Ich hab's doch vorhin die gelesen. Nee, ich schweiß einfach um. Ich will da durch. Geh weg. Gut. Achso, jetzt bist du doch drauf gesprungen. Okay, Stamina geht aus wenn wir lange rennen. Was haben wir hier? Brecheisen. Take, take, take Brecheisen. Batterie. Take off Batterie. Ne, 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 zieh Batterie. Geh ich gleich zurück und besuche mein Bestes? Oder ist hier... Na gut. Wir müssen wohl zurück. Achso, das waren die Teller. Ich dachte da liegt mit einem Zettel. Blöpp, blöpp, blöpp. Oh, Kamera leer? Hm. Kamera kaputt. Weißt du wie Dirty Footprints in die Betrayals kennst? Ich kann nicht so schnell lesen. Aber wir haben auch scheinbar schmutzige Fußabdrücke. Okay, ich wette hier, um die rote Tür zu öffnen. Ah da, Fußabdrücke. Kann ich ja meinen Weg wieder zurück finden? Oder war das der Plan? Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich die wieder finde. Ich blinder Fisch. Ich seh doch nichts. Oh wow. Ist das eine Pfanne? Was ist das? Ah, ist aber nur... Die Mesh ist wahrscheinlich aneinander. Links oder rechts? Oder hier? Hier durch. Nein, geht nicht. Ist das ein Klavier? Ach, da kann ich Groucho. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da wären die Wannen einfach zu Ende. Da war irgendwie schmutzig oder so. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, dass das sonderlich gut ist. Dass ich immer so ein bisschen Voice auch über Mikrofon habe. Wie laut darf es sein? Ach, du machst die schöne Brache dazu. Okay. Okay. Wir können interaktiert werden. Manche sind wichtig sind. Konzept ist. Excel. Okay. Ohne Augen. Das sieht ja groß wie hier aus. Mensch, das ist irgendwie... Ist da irgendwas Wichtiges drauf? Sieht nicht so aus, ne? Ja, wenn wir die Baden-Win-Baus nehmen. Kann ich das auch mit dem hier machen? Ja. Kann ich das lesen? Nö. Bine. Lola. Lola. Ich will die jetzt bereit nehmen. Bitte lass mich hinein. Ich will einen auf Bili machen. Lasst uns ein Spiel spielen. Was haben wir da? Das ist ne reale Puppe. Ich glaub, das ist kein... Soll das ne Puppe sein? Die will ich zurückgeben. Oder soll das ein echtes Kind sein? Da ist das sehr, sehr glänzend. Ist das nicht mehr gut. Oh. Ah, ich kann ran suchen. Und wenn es in den roten Bereich kommt, ist es gefährlich. Okay. Das schon mal hilfreich. Ah, hallo. Du hast den Stand gemacht. Bist du gefährlich oder bist du freundlich? Du bist ne Puppe. Okay. Du wirst wahrscheinlich nichts tun oder weglaufen. Das sind sehr viele Puppen. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Option erstmal zu Monster zur Rennung zu gucken. Ist freundlich. Das ist nicht sehr lebensfreundlich für sich selbst. Weil die sind jetzt nicht so Weeping Angel mäßig unterwegs. Nur ne Puppe. Das ist eine normale Puppe. Eine halbwegs normale Puppe. Nicht so mit komischen Schnabelschnur oder so. Oh, was bist du denn? Dir geht's nicht mehr so gut. Was ist mit dir passiert? Ich glaub, ich würd's gar nicht wissen. Gibt's eigentlich auch Speicherpunkte? Oder werden wir verkackt, wenn ich sterbe? Das Foto einfach angucken. Okay, geht nicht. Schlüssel. Schlüssel ist gut. Das ist die Türschlüssel. Wahrscheinlich für die rote Tür. Weiter geht's ja doch nicht. Und noch keine weiteren Türen aufmachen. Jetzt sind die Puppen weg. Ey, wer schmeißt mit Stühlen? Das kann ins Auge gehen. Achso, ich kann die Tür zu machen. Hä, was kann ich denn tun? Ah, den Fernseher. Okay, ich hab einfach noch keinen gefunden. Ach, der Miana hat das Licht aus. Ich glaub's ja nicht. Das Baby ist weg. Das Baby war's. Das Baby schmeißt ja alles durch die Gegend. Und noch diese komische Langarmpuppe. Die war ja auch nicht da. Was ist das für ein okkult, der Zirkus hier? In einem Kreis stehen. Hallo? Achso, der kommt da nicht mehr durch. Er ist zu fett. Der passt nicht zwischen die Stühle durch. Ah, da war der komische Puppe. Ah, das Fahrrad. Äh, doch Fahrrad. Fahrrad. Ich würd mich da so drauf setzen. Ihr wär doch lustig mit dem Ding hier gegen. Okay, ich muss hier lang. Ich muss grad fragen, in welche Richtung muss ich. Hat einer um die Ecke gespannert? Hallo? Oh. Der ist durch die Wand durch. Wait, da sind die Arme. Wo kommt ihr denn her? Ah, ich kann das ausschalten, okay. Ah, jemand. Sehr kopflos. Kann ich das blau aufnehmen? Was ist das? Wenn nicht. Oh. Der scheiß Schrank. Was fällst du? Soll das. Schäm dich. Wieso pfeife ich als? Soll das. Ich will als springen, aber pfeife. Das wird mir irgendwann deinen Kopf kosten. Oh, was haben wir hier? Wasser. Bei der Sprühfarbe? Was ist das? Sparepaint. Sparepaint. Ja, Sparepaint. Ja, Sparepaint. Das klingt auch ne andere super Sache. Ah, Marky's on the wall. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Marky's on the wall. Ah, fast. Eh. Nein. Als die Farbe auch leer? Don't make a sound It can hear But no eyes Okay, es kann hören, aber hat keine Augen Können wir ihm Augen geben? Okay, man sieht schwarz auf schwarz nicht Ich gebe zu, das war eine doofe Idee Ich bin in eine andere Farbe Habe ich irgendwie gelbe Augen oder rote Augen? Ah, da, so ein Fernseher, so hast du was gemeint Just Saving, hey, speichern Bin das ich? G&R, ist er müde? Habe ich jetzt gespeichert? Das habe ich, glaube ich, gespeichert Okay, hier ist mein erster Gegner anscheinend Kannst du nicht in die andere Richtung aufgehen? Musst du in die Richtung aufgehen? Könnt ihr nicht in die gleiche Richtung aufgehen? Das triggert mich so ein bisschen Prübeltür, Einzeltür Prübeltür, Einzeltür, Einzeltür Ein Schatten Ein Schatten ohne Körper Oh, okay, jetzt ist er weg Katze hier ledig Was ist das? Okay Das sollte ich nicht machen Er ruft hier Hallo Bin ich das? Ich muss auch noch aufpassen, wo ich hinlaufe Okay Was war das? Oh, da ist jemand Der ist ziemlich kopflos Der hat den Kopf schon vor War das so ein Viech? Scheint keiner dazu sein. Ich höre was. Ich kann mal hören. Kann ich mich hören? Wahrscheinlich. Das Schlammer macht auch bei mir keinen Unterschied. Ich dachte, das ist ein Trollface. Das ist nicht ganz. Drake, Liam, jemand? Lüge. Hier ist niemand, der mich sehen könnte. Aber die ist auch gemalt. Ja, die kann ich nicht benutzen. Und jetzt fahre ich zurück. Oh nein. So viel heller machst du die Taschenlampe gar nicht. Spare mir den Strom. Ich brauche ihn ja irgendwann. War das der Gang? Ne, der Gang ist neu. Oder? Ah, hier macht die Taschenlampe mehr Sinn. Ah, der wackelt ganz schön. Oh, da ist wieder hier Trollface. I see you. Du bist dein Bild. Du kannst mich nicht sehen. Couch, ich wollte sprinten. Ah, das ist wieder. Wait, wait. Der Weg war anders. Ich bin davon. Da gekommen, oder? Hat sich der Weg geändert? Nee, da guckt Ding nicht gerade. Oh nein, war doch richtig. Ich war noch falsch. Ich war lost. Das ist fucked up. Ja, da stimme ich dir zu. Wait. Oder? Ey, ich bin verwirrt. Das ist nicht der gleiche Weg. Ne? Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Everything feels the same. Ja, du, da bin ich ganz bei dir. Das kann ich ganz bei dir. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Da hielt mir jemand. Da ist es schon wieder. Also dieser Kutschkopf. Ich bin eigentlich ganz froh, dass mir bis jetzt noch nichts begegnet sind, aber irgendwie auch traurig, dass mir nichts begegnet sind, weil ich nicht sehe, was ich begegnen könnte. Das ist ein Pfeil. Lauf ich in die falsche Richtung? Nein, hier sind die Glasscherben. Okay, ich habe was gefunden. Aber es hat mich nicht angegriffen, oder? Es ist einfach nur an mir vorbeigeflogen. Ah, hier waren die Flügeltüren. Da muss ich noch eine Flügeltür sein. Ach nee, eine Flügeltür. Da müsste ja noch eine zweite sein. Hat mir noch jemand gemalt. Okay, welche nehmen wir? Wir haben die Qualität. Ah, meine Fußtapsen. Wir haben einmal diese Tür, einmal jene Tür und einmal Flügeltür. Oh, gehen wir hin? Oh, der Wal. Die ist weit da vorne. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist, einfach blockiert die Türen. Die sind wahrscheinlich nicht ohne Grund blockiert. Okay. Eine gute Frage. Dann Schlüssel. Den nehmen wir gerne mit. Hier noch irgendwas. Das ist auch gut. Das ist eine Lampe. Okay. So weit, so gut. Ich weiß ja nicht, ob es so gut ist, einfach geschlossene Töne aufzumachen. Wer weiß, was dahinter ist. Weil ich denn hier mit gutem Grund einfach verschlossen. Nee, da waren wir ja. Bye-bye. Auch nichts Spannendes. Nicht mal einen Schlüssel kriege ich. Das sieht so sehr frisch aus. Dreh, dreh. Das weiß ich nicht. Lauf. Hier, rein. Hä? Wo ist er? Ach, da. Was auf Bock war das? War das eins von diesen blinden Viechern? I better stay quiet. I better stay quiet. I need to control my breathing. Bist du noch da? Anscheinend ja nicht. Oder? Kommt das zurück? Kommt das wieder? Ich glaube, es ist weg. Oder? Sieht so aus. Können nicht ducken. Rennen. Vielleicht noch nicht rennen. Das Ganze gewickelt. Das sehe ich nicht gut. Ich treue mich sehr krank. Aber ich glaube, es war eins von diesen... Es kann ich nicht hören, aber... Es kann ich nicht sehen, aber hören die gern. Die Arrows can guide you. Okay, die Pfeile können nicht leiten. Können oder werden? Sie können nicht leiten. Sie können es aber auch lassen. Noch mehr Türen. Haben wir Türen mit Pfeilen? Wir haben Pfeile, aber keine Tür. Ui. Wenn ich einfach reingehen? Oh Gott, spechern. Ah, du kommst... Ah, du kommst... Ah, du kommst hier nicht rein. Fuck, 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 fuck. Ich würde sagen, du kommst hier nicht rein. Hier ist auch nirgendwo ein Spind. Kannst du mal auch bei mich zu jagen? Ah, okay. Sabotage. Fuck, okay, weg. Nein, bis ich bin die Lüge. Hier ist nirgendwo ein Spind. Ich weiß nicht, ob das so smart war, zu speichern, während das Viechchen in mir herrennt. Ich weiß nicht, ob das gut war. Okay, Dude 1 wurde gefressen. Zeit für Dude 2. Jetzt ist Kevin dran. Ah, guck, er ist weg. Oh, fuck, hier ist auch nirgendwo ein Spind. Keine Ahnung, wie ich bin rennen. Hallo, ja, nee, nicht ganz, oh nein, da ist jemand, der ist hinter mir. Okay, hallo. Ich sammel das mal kurz auf. Wann ich also trotzdem nehmen? Fuck, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Meine Maus ist nicht mehr da. Das heißt, fuck, ich habe es, glaube ich, kaputt gemacht. Indem ich das Ding genommen habe. Okay, ich muss... Ich muss es nochmal starten. Ich habe es kaputt gemacht. 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 Ich habe es kaputt gemacht.